Hallo, hier ist wieder euer Siegel TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hinter mir sehen wir gerade die Driving Range. Heute möchte ich euch ein paar schöne Eindrücke zum Golfplatz zeigen. Hier zum Beispiel sind wir bei Loch 10 und hier wird dann eigentlich die Abschlagsfläche, aber da Winterpause ist, kann man hier leider nicht spielen. Hier ist das erste Loch. Hier kann man sich für 50 Cent den Heizstrahler anmachen. Hier? Ja. Hier über die Treppe geht es hoch zum Kaddi-Haus. Hier sind wir beim Halfway. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal, euer Sidi TV. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.